Freundinnen und Freunde der Astrologie, ich hab's ja gesagt, es rumort im Kosmos. Und tatsächlich hat die Mars-Pluto-Spannung einen kosmischen Scherbenhaufen hinterlassen. Aber nicht in den USA, sondern hier bei uns in Deutschland. Was die astrologische Ursache dafür ist und wie die Sterne diese Woche stehen, das schauen wir uns jetzt im Wochenhoroskop genauer an. Herzlich willkommen bei Antonia's Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast, zu den Aussichten für die Woche vom 11. bis 17. November. Das kosmische Duell zwischen Mars und Pluto hat seine Wirkung gezeigt, aber nicht wie erwartet in den USA. Wobei ich vorhergesagt habe, dass es natürlich auch in anderen Ländern zu politischen Spannungen kommen kann. Doch in Amerika war die Entscheidung für Donald Trump überraschend eindeutig. Und astrologisch hat sich wieder mal gezeigt, es gibt keinen größeren Trumpf als Jupiter. Der Glücksplanet steht aktuell auf Donald Trumps Sonne in den Zwillingen. Bei Kamala Harris stand Jupiter auch günstig, nämlich nahe am Zwillingen Aszendenten, aber das reichte eben nicht. Der Aszendent ist wichtig, aber die Sonne symbolisiert den König im Horoskop. Und wenn dort Jupiter steht, wird er zum Königsmacher. Der kosmische Scherbenhaufen ist dagegen in Deutschland zu finden, denn die deutsche Regierung ist zerbrochen. Und auch dafür gibt es eine astrologische Erklärung. Die Sonnenfinsternis vom 2. Oktober, ihr erinnert euch, wir haben da viel drüber gesprochen, die fiel genau auf die Sonne in Deutschlands Horoskop. Und die Sonne ist das Symbol, haben wir ja gehört, für den König oder auch die Regierung eines Landes. Sie wurde von der Finsternis überschattet, das heißt, für die deutsche Regierung stand eine große Transformation an. Ich hatte euch ja gesagt, dass eine Sonnenfinsternis noch bis zu sechs Monate weiter wirkt. Und dann gab es jetzt aktuell noch die Machtkampfkonstellation von Mars und Pluto, und das hat unserer Regierung dann den Rest gegeben. Spannend ist, dass in dieser Woche konservative und zukunftsgerichtete Kräfte aufeinanderprallen. Denn Revoluzza Uranus, der die Zukunft und deren Technologien feiert, wird von der Sonne mit Energie aufgeladen. Gleichzeitig wird der konservative Saturn diese Woche rückläufig und ist dadurch besonders stur. Das erhöht die Spannung zwischen Tradition und Revolution, zwischen Festhalten am Alten und dem Wunsch, Neues auszuprobieren. Vielleicht ist es sogar eine Chance für uns, dass jetzt in der Regierung die Karten neu gemischt werden. Aber letztlich bleiben die wichtigsten Fragen dennoch. Wie geht es in unserem täglichen Leben weiter? Was haben uns die Sterne da zu bieten? Und da gibt es durchaus einige spannende Entwicklungen, die unseren persönlichen Alltag betreffen. Die Woche startet mit einem wichtigen Energiewechsel. Denn Liebesgöttin Venus wandert aus dem feurigen Schützen in den geerdeten Steinbock. Das ist eine eher konservative Energie, während uns gleichzeitig Merkur im Schützen optimistische Gedanken sendet. Es ist also für jeden etwas dabei. Sowohl für diejenigen, die gern konservative Werte erhalten möchten, als auch für die, die die Lösung aller Probleme in der Zukunft sehen. Und mittendrin sind wir, die versuchen, ihren Alltag zu gestalten. Apropos Zukunft und Alltag. Wenn ihr kosmische Tipps für das neue Jahr sucht, dann kann ich euch die persönliche schriftliche Jahresvorschau als PDF empfehlen. Darin erfahrt ihr nicht nur, wie eure Tendenzen für die Liebe und den Beruf in den kommenden zwölf Monaten aussehen, sondern ich deute auch euer Geburtstagshoroskop, das sogenannte Solar. Das gibt Auskunft darüber, was euch im neuen Jahr innerlich motiviert. Ihr bekommt es jetzt mit 10% Rabatt und dem Gutscheincode STERNE25. Jetzt kommen wir zurück zu den Tendenzen der Woche. Vom 11. November bis zum 7. Dezember geht die Venus jetzt durch den bodenständigen Steinbock und unterstützt bestehende und verlässliche Beziehungen. Und die dürfen gerne auch nützlich sein und vielleicht geschäftliche Vorteile bringen. Venus zeigt hier nicht unbedingt ihre romantischste Seite, sorgt aber dafür, dass Verbindungen sich festigen können. Solltet ihr jetzt jemand Neues kennenlernen, dann werdet ihr vielleicht überrascht sein, wie schnell es um ernste Themen wie Lebensplanung gehen kann. Venus im Steinbock ist auch nicht unbedingt spielerisch, dafür aber sinnlicher, als ihr denkt. Wenn ihr jetzt jemanden verführen wollt, kommt zum Beispiel das Angebot einer Massage gut an oder der Vorschlag, man könnte doch vielleicht beruflich was zusammen auf die Beine stellen und nebenbei prickelt es dann auch. Venus im Steinbock will wissen, woran sie ist. Für Spielchen zwischen Nähe und Distanz oder Hinhaltetaktiken ist sie nicht zu haben. Das hält sie für Zeitverschwendung. Wie findet ihr Venus im Steinbock? Mögt ihr die verlässliche, sinnliche und pragmatische Seite dieser Energie, dass man bei ihr weiß, woran man ist? Oder habt ihr Venus im Steinbock als kühl und berechnend erlebt, als zu sehr auf Karriere, Erfolg und Geld fixiert? Kommentiert mir doch mal hier eure Erfahrungen. Am besten flirtet ihr unter dem Einfluss von Venus im Steinbock, wenn ihr Sternzeichen Stier, Krebs, Jungfrau oder Steinbock seid oder vielleicht auch den Mars in einem dieser Zeichen stehen habt. Das harmoniert dann sehr gut und es herrscht eine starke erotische Anziehung. Falls ihr jetzt denkt, oh, keine Ahnung, wo mein Mars steht, dann kann ich euch weiterhelfen. Besucht mich auf Instagram und kommentiert einfach Horoskop. Dann erhaltet ihr kostenlos einen schnellen Überblick mit den Planeten und sensitiven Punkten eures Horoskops. Es gibt aber noch eine Konstellation, die die originellen Kräfte fördert, alle, die außerhalb der gewöhnlichen Bahnen denken und ganz spezielle Ideen in die Diskussionen einbringen. Wir erhalten wieder mal einen Brief vom Universum. Im Horoskop sieht diese Konstellation aus wie ein Briefumschlag. Beteiligt sind der optimistische Merkur im Schützen, die wilde Lilith, heiler Chiron und Glücksbringer Jupiter. Sie wollen uns wichtige Botschaften überbringen, die vielleicht ein bisschen provozierend sind, über die es sich aber nachzudenken lohnt. Vielleicht erhaltet ihr tatsächlich eine Nachricht aus dem Freundeskreis, die euch zu denken gibt. Oder überraschender Besuch kündigt sich an und ihr spürt schon, oh, da wird es jetzt einen interessanten Austausch geben. Die Etablierten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tun diese Woche auf jeden Fall gut daran, den sogenannten Außenseitern zuzuhören. Die haben jetzt möglicherweise Ideen, wie man festgefahrene Situationen wieder in Gang bringen und Probleme lösen kann. Und tatsächlich könnten Leute mit Einfluss oder Geld geneigt sein, neue Wege zu gehen und bestimmte Außenseiter, zum Beispiel Aktivisten, spirituelle Heiler oder Feministinnen zu unterstützen. Das könnte auch für euch persönlich interessant sein. Wenn ihr euch für ein wichtiges Thema engagiert, könnt ihr vielleicht jetzt Förderer finden, die euch und euer Thema weiterbringen. Und vielleicht beginnt alles mit einer wichtigen Mail oder einem Brief, den ihr jemandem schreibt. Dieselbe Briefkonstellation formt sich auch nochmal Anfang Dezember. Es lohnt sich also, an der Sache dran zu bleiben. Der Vollmond im sinnlichen Stier am Freitag, den 15. November, aktiviert Revoluzza Uranus. Gleichzeitig geht der große Traditionalist Saturn an diesem Tag in die stationäre Phase. Das heißt, seine konservativen Kräfte kommen besonders stark zur Geltung. Und so bringt der Vollmond die Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Traditionalisten und Rebellen, die schon seit Tagen in der Luft liegt, nun richtig zum Knistern. Im besten Fall kann sich das konstruktiv äußern, weil auch viele interessante Zukunftsideen in der Luft liegen. Es könnten sich heiße Diskussionen ergeben, an deren Ende auch etwas Gutes herauskommt. Doch wir haben auch viele unentschiedene Aspekte, die widerspiegeln, dass sich die Welt im Moment in einer Art Zerreißprobe befindet. Es gibt ein Ringen darum, zu irgendwelchen Einigungen zu kommen. Für unser Privatleben bedeutet das, dass sich Pläne plötzlich ändern können und dass wir am besten damit fahren, wenn wir uns dem Fluss des Lebens überlassen und möglichst flexibel bleiben. Es wird in diesen Tagen schwierig, an etwas festhalten zu wollen, wenn es viele Änderungen gibt. Ideen, wie ihr den Vollmond gestalten könnt und welches Thema dabei für euer Sternzeichen angesagt ist, findet ihr im großen Monatshoroskop für den November. Zum Wochenende wechselt der Mond in die Zwillinge. Das ist wunderbar zum Ausgehen und Freunde treffen. Und falls ihr nicht vor die Tür möchtet oder könnt, dann nutzt die Mittel der modernen Kommunikation, um euch bei lieben Menschen zu melden. Jetzt ist die Neugier groß, zu erfahren, wie es anderen geht und was ihnen so widerfahren ist. Oder ihr möchtet euch einfach zu den ziemlich aufregenden Ereignissen auf der Welt austauschen. Am Sonntag aktiviert der Mond dann Glücksplanet Jupiter. Das könnte eine schöne Gelegenheit, jemand anderem oder sich selbst etwas Gutes zu tun. Bei manchen von euch steigt sicherlich auch die Unternehmungslust. Besonders, wenn ihr Zwillinge, Löwe, Waage, Schütze, Wassermann oder Widder seid. Dann könnt ihr wunderbar übers Wochenende einen Kurztrip planen, um jemanden zu besuchen. Denkt nur dran, dass sich Pläne auch spontan ändern können und seid dann nicht sauer. Seht es lieber als kleines Abenteuer. Dann macht es vielleicht sogar Spaß und man hat hinterher eine witzige Geschichte zu erzählen. Das waren eure Tendenzen in der 46. Kalenderwoche. Schaut auf jeden Fall auch in das große Monatshoroskop für den November, wie die Sterne für euer Sternzeichen stehen. Wir sehen uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute mit den Sternen. Festivalgute mit dem Sternzeichen des NUL. Vielen Dank.